Eichmann hat geblöfft. Das ist das erstaunliche Ergebnis der in mehrerer Hinsicht überraschenden Konferenz Eichmann und die Folgen an der Berliner Humboldt-Universität. Adolf Eichmann, Sturmbannführer und über fünf Jahre die Schaltstelle der Judenvernichtung im Dritten Reich, hat vom Moment seiner Entführung durch Mossad-Agenten in Argentinien über neun Monate Verhöre und Gerichtsverfahren in Jerusalem bis zur buchstäblichen Sekunde seines Todes durch Erhängen in der Nähe von Tel Aviv die Rolle des irgendwie unschuldigen halbintellektuellen Bürokraten gespielt. Er hat dabei alle Beteiligten verwirrt, Richter, Historiker und Journalisten, von Hannah Arendt bis zum Polizisten Micky Goldman-Gilat, der sich heute noch fragt, was er bei der Hinrichtung Eichmanns eigentlich gesehen hat. Ich war offizielle Zeuge der Polizei bei seiner Hinrichtung und wann er schon unter den Galgen stand, da sagt er, es lebe Deutschland, ich war gottgläubig und sterbe gottgläubig. Und in diesem Moment, ich habe es nicht verstanden, ich habe mir selbst gesagt, an welchen Gott hat er geglaubt, dieser Massenmörder. Eichmann, so jedenfalls hat es die Philosophin und Historikerin Barbara Stangnett in einer zehnjährigen Recherche ermittelt, in der sie tausende Seiten mit bislang versteckten Eichmann-Gesprächsprotokollen aus argentinischen Nachlässen auswertete. Eichmann plante mit ebenfalls nach Argentinien untergetauchten Nazi-Größen noch in den 50er Jahren Umsturzversuche in Deutschland und bedauerte auf Tonbandaufzeichnungen, 16 Jahre nach dem Krieg nur sechs und nicht zehn Millionen Juden getötet zu haben. Für seinen Auftritt im Prozess hat Barbara Stangnett nur eine Erklärung. Eichmann spielte den in Philosophie und Theologie beschlagenen, fast schon jüdisch aussehenden, unbedarften Bürokraten, um die Grausamkeit des Nationalsozialismus nicht erkennbar werden zu lassen. Für ihn war die Lüge eine Waffe, die letzte Waffe, die ihm blieb. Aussagebereitschaft, Ehrlichkeit hätte etwas zu tun gehabt mit Kooperation. Und für Eichmann waren die Juden der Feind und sie blieben der Feind und er war immer noch im Krieg. Und im Krieg kooperiert man nicht. Für Israel und Deutschland hatte der Eichmann-Prozess übrigens gegenteilige Folgen, machte die Tagung deutlich. In Deutschland wurden nach Jerusalemer Vorbild unter anderem die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt durchgeführt. Es begann eine zähe, jahrzehntelange Debatte zur Aufarbeitung der meisten Aspekte des Nationalsozialismus, wenn auch die meisten der Täter zu gering bestraft wurden, so Völkerrechtler Gerhard Werne. In Israel, behauptet der renommierte israelische Historiker Moshe Zimmermann, verengte sich die Aufarbeitung nach dem Prozess. Die Gesellschaft verlor nach Eichmanns Auftritt die Lust, weitere Nazis vor Gericht zu stellen, konzentrierte sich in ihren Feiern, Gedenktagen, Schulbüchern auf die Vernichtung der Juden. Sie vergaß darüber, wesentliche Begriffe des Nationalsozialismus zu diskutieren, nämlich, wie Hitler eine exklusive Volksgemeinschaft kreierte, wie er Minderheiten ausgrenzte, wie er Rassismus und Kampflust in die deutsche Gesellschaft, von denen die Juden zuvor ja ein Teil waren, einführte. Die versäumte Aufarbeitung hat bis heute Konsequenzen, sagt Zimmermann. Die Ereignisse in Israel zeigen, dass hier wahrscheinlich die Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat mit dem Thema Nationalsozialismus, weil eben rassistische Einstellungen, rassistische Attitüde für legitim gehalten werden und nicht systematisch genug bekämpft werden. Die Lehre des Nie-Wieder verpflichtet damit die israelische Politik nur zum Kampf gegen den Antisemitismus weltweit, nicht aber, wie andere, zum generellen Engagement gegen alle Völkermorde, wie etwa in Armenien, Jugoslawien, Ruanda, Kongo oder Libyen.